KinderNetz.de Kämpft mit Herzblut, klar? Wohl an, es geht los! Aber wir haben uns nicht mal begrüßt! Hey du! Kein Respekt für den Gegner? Kein was? Was ist der Ehrenkodex für einen Ritter? Was für eine Frage! Ein wahrer Ritter darf sich niemals entmutigen lassen! Ein ehrbarer Ritter muss den Armen helfen! Ein richtiger Ritter respektiert auch seine Feinde unter allen Umständen! Worauf wartest du? Na los, beende es! Du schäbiger Bettler! Gegen Unbewaffnete zu kämpfen ist eines Ritters nicht würdig! Es geht nicht nur um den Kampf! Ein Ritterschüler muss viel mehr können als zu kämpfen! Mein lieber Bruder, mach Bubu und Schlaf wird's dein! Wohl an, weder Gewalt noch Blut vergießen! So sollte man immer vorgehen als edler Ritter! Seltsame Sitten in diesem Land! Die jungen Damen helfen einem gestürzten Ritter im Kampf? Nennt ihr das Ritterlichkeit in Camelot? Nein, das ist die Ritterlichkeit der Tafelrunde! Das ist völlig neu, aber bald wird es ganz normal sein! Nur ruhig, trockne deine Tränen! Ich persönlich werde deine Freundin finden! Ritter Ehrenwort! Wie sieht sie denn aus? Naja, wie eine Maus eben! Eine Maus? Ja Tristan, du hast dein Ritter Ehrenwort gegeben! Komm einfach nach, wenn du Fräulein Reset gefunden hast! Oh!